28. Januar 2011, Luzern, Rathaussteg. Ich stehe hier mit Sharam Entekawi und in einer Stunde wird es hier eine Performance geben, die Sharam initiiert hat. Sharam, du arbeitest mit rot-weißem Absperrband und Themen sind Grenzen, Grenzüberschreitungen. Was dürfen wir erwarten? Territoriale Ansprüche, auch auf der Hinsicht des migratorischen Backgrounds und auch die Definition des öffentlichen Raums, was das heißt. Wie weit als normaler Bürger, in meinem Fall, besonders muss man kritisieren auf jemanden, der die Grenze rechte in anderen Ländern hat, wie weit es möglich ist, temporär ein Stückchen, ich sage es immer, von der Kuchen abschneiden. Oder das müssen wir bemerkbar machen, arbeiten, oder auch als Migrantin einen Tag für euch. Du arbeitest ja mit diesem Absperrband, also ich habe gesehen in früheren Performances, da werden neue Räume geschaffen, Leute werden eingebunden mit diesem Absperrband, es werden in die Augen verbunden. Was willst du damit zeigen? Wenn man durch die Straßen geht, besonders in Europa, das ist der rot-weiße Teep, wenn wir in England haben, dieser rot-gelb-schwarzen, das ist, wie wir standig damit konfrontiert sind. Wo wir auch Minden nachfragen, warum ist abgesperrt und so alles, manchmal ist es offensichtlich wegen der Schneelawinne oder so. Und zweitens ist auch mit der zunehmenden, diese Security, die Sicherheitswahn, das du all das kontrolliert, du all die Schneelkameras, wir sind in einer Situation, wo wir uns befinden, dass wir standig mit Aufgrenzungen konfrontiert sind. Und mit Schaffen von dem hier, das ist oft, da ist die Reaktion von den Passanten oder vom Publikum, ist es sehr interessant, wie sie damit umgehen. Ob die einfach hinnehmen, den Kern an einen anderen Weg geschlagen oder versuchen durchzugehen, oder welche schaffen es, um das zu reißen. Das ist so irgendwie, das sind keine Grenzen oder sagen wir, keine Abscheuerung. Scharam Entekabi macht nicht nur Performances im öffentlichen Raum, sondern er ist im Moment in der Schweiz, weil es auch zwei Ausstellungen von ihm gibt, in der AB Gallery, Across Border Gallery. Und morgen, Samstag, 29. Januar 2011, eröffnest du eine Ausstellung hier in Luzern, die Rizom heißt. Und dort arbeitest du ja ganz anders mit Zeichnungen, mit ganz feinen Zeichnungen. Es ist eine ganz andere Arbeit eigentlich als die im öffentlichen Raum. Das ist zum ersten Mal, also letztes Jahr, nach 30 Jahren, bin ich zum ersten Mal im Iran gewesen. Ich habe mit Kind aufgewachsen und dann die größte Zeit in Europa verbraucht. Und für mich war noch mal eine Verbindung dahin zu schaffen, zu der Kunstszene, weil, denke ich mir, wenige Kunstler nutzen, wie Performance Kunst oder Videokunst und sowas alles. Und es hat mich auch fasziniert von diesen Tendenzen, weil sie sind eigentlich alles viel mehr auf der Leinwand oder auf der Papier. Und was ich mit dem Arbeiten besonders an der Galerie sehe, steht auf Basis einer Art Künstlerresidency. Das kommt von dieser Bridge Foundation. Und die versuchen, diese Kulturen, wie soll ich sagen, näher zu bringen oder eine Verbindung schaffen oder einen Dialog schaffen und so alles. Das ist aber nicht nur eine große Gelegenheit, auch nicht in dem Weiten, auch von außen, in dem Thema Iran, Mittlerosten und so mehr. First Borders sozusagen als Programm und Auslöser auch deiner Kunst. Die Zeichnungen, die sind ja sehr, sehr kleinteilig. So soll man da Dinge entdecken? Man muss die sehr genau angucken. Und ich glaube, du hast ja auch einen politischen Anspruch in deiner Arbeit. Als Iraner, egal wo man auftritt, mein Mann anwesend ist, politisch interpretiert wird oder politisch verstanden wird und jede Aktion auch so gelesen wird. Die Ursprünge sind meine Auseinandersetzung mit einer verlorenen Kultur, wo ich auch dann nie wieder gefunden habe und mich wieder gesehen habe. Und diese 30 Jahre, die außerhalb von Iran gelebt haben, dachte ich, es ist immer noch da. Und als ich da war, es war da, aber es war nicht mehr so ersehbar. Die Leute sind beschäftigt in der westlichen Welt, also es gibt keinen Unterschied, zu was es war. Und diese Arbeiten sind irgendwie versucht, so einen Link zu schlagen oder so eine Brücke zu schlagen. So eine Miniaturmalerei, so Elemente, so phasische Literatur, dass man diese Liebe zu Details in dem kleinen und dem kleinen Universum, in Universum, in Universum, in Universum. Und der Resum auch in diesem Sinne, weil das alles zusammen verbunden ist. Also das kann man nicht auseinandernehmen. Also sowas, wie wir sehen, auch dann, Occident, Orient, das ist eigentlich ohne einander, funktioniert nicht. Und immer wieder kommst du zu der Brücke, zu den Verbindungen, die kann man auseinanderreißen. Ich habe auf der Webseite von Sharam Entekabi den Begriff Parasite Architecture, Parasitenarchitektur mehrmals gelesen. Kannst du da noch was zu sagen, was du unter dem Begriff verstehst? Ja. 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 Ich bin der Arschitektur. Die Parasiteite Architektur ist eine Ergänzung zu einer vorhandenen Architektur, die auch temporär komplett gemütiert, nicht nur die Gebäude an sich, sondern auch die Funktion. Zum Beispiel in Krakon, Polen, das war ein Museumhof, also wir haben mit der Hälfte von Bevölkerung, die diese Zeit, ein Museum geschaffen, in ein paar Stunden, die man schaffen kann. Wir haben auch gesagt, das Museum auch limitiert, in dem hier, ich bin durch die Straßen gegangen und gefragt habe, ob wir einen Popkunstler kennen. Dann haben die Leute mir gezeigt, jemand konnte eine halbe Stunde den Ball oder den Kopf halten oder jemand konnte Tollgitarre spielen und ich habe mich eingeladen. Und in diesem Sinne, diese parasitische Architektur auch umwandeln oder, so sagen wir, auch Dekonstruktion auf der vorhandenen Architektur, ohne den zu verletzen. Also das heißt, ankleben, ausnutzen und dann auch empfangen oder entsorgen. Also bezogen auf die Performance, die wir jetzt heute hier erwarten dürfen, kann man sagen, es ist halt auch etwas parasitäres. Absolut, absolut. Es ist eine, die sich nicht dahin gehört und auch nutzt von kurzer Zeit, von eigener Interesse, unsehbar, manchmal auch nicht erwünscht, wie wir noch hier erleben. Aber viele Leute das nicht mögen, die wollen nicht mehr gehen und so alles. Aber auch vielleicht Ansätze, auch dann die Verletzlichkeit, die Brücke, die Verbindungen, die vorhandenen Strukturen, was wir haben, auch noch mal deutlich, dass da alles ist manipulierbar oder verletzbar oder vom Paragenten getragen. Man darf gespannt sein. Charam Entekabi, wie gesagt, zwei Ausstellungen, Rizom in Luzern und die Ausstellung in Zürich mit dem Titel White Lies and Other Promises. Die Ausstellung wird in Zürich sein, auch in der Across Border Gallery. Und letzte Frage, Charam, nach Luzern, was sind die nächsten Projekte, Pläne? Also neben den kleinen Ausstellungen, das habe ich, am Mai, habe ich meine erste Einzelausstellung in Teheran, in ziemlich großem Rahmen. Und das ist, ich bin sehr, sehr nervös, was da passiert. Es wird ein Weg, Reise sein, kann ich mal ein Rückticket buchen oder wer weiß, wie lange ich da bleibe, wie ist die Reaktion da, wie Leute das verstehen. Weil in meiner Arbeit, wie du sagtest, da konnte man auch politisch sehr viel interpretieren. Was mich auch sehr interessiert, die Motivation von meiner Arbeit, sind diese Verschmutzung von Kultur, Religion, Interpretation von Religion, diese Weltpolitik, Regionalpolitik, das alles zusammen ist. Und ich denke, es ist auch Tagesordnung, was wir jetzt tun und an, was es in der Welt geht. Das ist schon eine sehr, sehr starke Reise. Okay, viel Erfolg für die Performance, viel Erfolg für die Ausstellung und die nächsten Projekte. Vielen Dank für diese Möglichkeiten, was ich halte. Das ist schon eine sehr, sehr starke Reise.